Im Auftrag von Frau Alberta schrieb uns heute Sir Lydia aus Ribouville Liebe Freunde aus Breisach, wie lieb und tief geschätzt Ihre heutige Botschaft gelegentlich Schwester Albertina und ihres 100-Jahren Geburtstags. Ja, dies war ein besonderer Sonnenstrahl, ein Frühlingsduft über den Rhein geflogen. Desto mehr geschätzt in der heutigen Periode des so gefürchteten Covid. Am Ende der Heiligen Eucharistiefeier kam der spannende, rührende Moment, als wir Ihre lieben Ansprachen mit dem Projektionsgerät an die Wand der Kirche projizierten. Welch eine wunderbare Überraschung! Wir haben alle froh und herzlich geklatscht. Ihre lieben Wünsche sind der Frau Albertina tief ins Herz gedrungen, da sie ja in enger Verbundenheit mit Ihnen bleibt. Ein Wunsch von Schwester Albertina, bleibt gesund und auf Gott vertrauend. Er wird uns immer wieder nahe bleiben und Schutz und Segen verleihen. In ganz enger Verbundenheit für Ihre Frau Schwester Albertina, Schwester Lydia. Schöpfeier! Schöpfeier! Schöpfeier!